Oh, ist das geil! Mega! Daedalus, we are! Das kann man sich auch so als Tourist sozusagen versorgen und ist aber ohne Schamane so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, also es wäre schon gut, wenn man eine Anleitung hat und das so richtig mit Schamane zu machen. Und ja, im Dschungel nimmt mit Anleitung und mit Begleitperson, dass da wirklich nichts passiert. Also, mir hat es sehr gut gefallen. Die Grafik ist echt cool, echt coole, wie sagt man, Muster, die so erzeugt werden. Fraktale, genau, Fraktale. Der Sound ist gut, richtig geil, finde ich. Die Gesänge der Antianer haben sie mit dem Dschungel-Sound so ein bisschen gut reingemixt. Also, mich hat es total umgehauen, total coole Erfahrung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ist. Kostet 12 Euro, gibt es auf Steam. Ja, zieht es euch am besten selber mal rein. Und viel Spaß damit, okay. So, Freunde, willkommen hier, Ayahuasca-Erfahrung. Ich benutze wieder die G2 und die Index-Controller, obwohl man die hier wahrscheinlich nicht braucht. Ich will mich erstmal hinsetzen. Ich habe hier extra etwas umgeräumt, mich etwas umgezogen, um die Erfahrung so authentisch wie möglich zu machen. So, dann setzen wir uns auch mal hin. So, ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. Ja, sieht ganz gut aus, ne? So, Englisch, Französisch, Polnisch, Español, Portugiesisch. Ja, Englisch. So, ich habe gehört, das soll mega sein. Eine sehr schöne Erfahrung. Mal sehen, wie ist mein Geist erweitert hier, hm? So, das sieht schon mal sehr gut aus hier. So, dann schauen wir mal, ob alles hier soweit geht, wie es möglich ist. Ja, es sieht auch noch gut aus. So, dann starten wir mal hier. So, willkommen, Ayahuasca-Erfahrung. So, es ist eine Powervoll Psychedelic-Trug. Use it of me and of Amazonas. Okay. Okay, zum spirituellen Meditieren in Peru. Ich versuche jetzt mal hier nicht so viel zu reden, dass ihr euch das mal anhören könnt. Okay, Hermano, wie ist es? Sieh, Hermano. Ah, hallo? Ich sehe. Kastenbeza brought me here into the deep forest. Hier for a special encounter. I feel it. I have to be calm. Focused. I feel the effects coming stronger. I have to stay focused on the chanting and let the nausea go through my body. Tonight, I might go on to the other side and meet the plant spirits. Medicine. Heal me. Oh mein Gott, ich glaube, es geht los. Die Wurfings fangen schon an hier. Oh, wow. Oh. Der Dschungel lebt. Boah ey, mega. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, 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 wow 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, mega! 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 Ja, Juba, ina... Mann ist das geil! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020